Grüezi Wieterland. Ich rede Klartext statt Skivashi und ich sage Deutsch und deutlich und klipp und klar, wenn etwas falsch läuft. Ich bin unerbittlich, wenn es um das Wohl von der Schweiz geht. Seit 1992 engagiere ich mich für die SVP in der Politik. Im Jahr 2015 bin ich in Nationalrat gewählt worden und bin Vizepräsident der Staatspolitischen Kommission. Als Verantwortlicher der SVP Schweiz für Asyl und Migration setze ich alles daran, die unbegrenzte Zuwanderung zu stoppen und die Islamisierung der Schweiz aufzuhalten. Auch bei anderen Themen schwöre ich mich nicht, Missstände aufzuzeigen und diese zu beseitigen. Ich wohne im wunderschönen Oberwil-Lieli, mein 56er Vater von zwei erwachsenen Töchtern, den ich fast jeden Sonntag Zeit mit ihnen verbringen darf. Mir liegt die Schweiz am Herzen, vor allem, dass sie frei und unabhängig bleibt und lebenswert. Und den lebenswert verstehe ich auch, dass wir uns nicht fremd im eigenen Land fühlen. Ursprünglich habe ich Ventilationspengler gelernt. Ich habe mich dann zum Betriebstechniker und Betriebswirtschaftler weitergebildet und mit der Air Product und der Care Product zwei Firmen gegründet, aufgebaut und dann erfolgreich an Würth und Kalenica weiterverkauft. Als Arbeitgeber ist es mir sehr wichtig, dass auch Menschen über 50 weiterhin gute Chancen auf dem Berufsmarkt haben. Ausserdem sind bei mir auch gut integrierte, tüchtige Ausländer als Angestellte immer sehr willkommen. Und auch heimatlose Büsse haben in meinen Firmen bis jetzt immer ein warmes Plätzchen gefunden. Haben Sie eine Frage an mich oder möchten Sie auf den Meiststand aufmerksam machen? Dann schicken Sie mir bitte ein Mail oder noch besser ein Video von Ihnen mit einer konkreten Frage und ich werde Ihnen auf Klanertv antworten. Die E-Mail-Adresse ist andreas.klanertv. Die Frage und die Antwort werden auf Klanertv publiziert. Ich freue mich auf Sie. ? ? ?